Was sind die Ursachen der Phenylketonurie? Phenylketonurie ist eine Erbkrankheit, bei der der Körper Phenylalamin nicht abbauen kann, eine essentielle Aminosäure, die in eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Käse, Fleisch und Milch enthalten ist. Es gibt nicht viele verschiedene Ursachen für die Phenylketonurie, da eine angeborene Erkrankung bedeutet, dass der Zustand in der Familie liegt. In diesem Sinne kann man sagen, dass eine der Ursachen der Phenylketonurie darin besteht, dass beide Elternteile der betroffenen Person das defekte Phenylalaninhydroxylase-Gen auf ihr Kind tragen und weitergeben. Im Allgemeinen sind jedoch Mutationen im Paargen die Ursachen der Phenylketonurie, wobei verschiedene Mutationen den Schweregrad der Erkrankung bestimmen. Als autosomal-rezessive Erkrankung tritt Phenylketonurie auf, wenn ein Kind ein defektes Paargen von beiden Elternteilen erbt. Die Eltern der betroffenen Person haben nicht notwendigerweise die Störung, weil sie nur eine defekte Kopie des Gens bei sich tragen, nicht zwei, wie das Kind. Eine Person, die das Gen trägt, aber keine Störung hat, wird als Träger bezeichnet. In den meisten Fällen geben die Träger das Gen unbewusst weiter. Dies liegt daran, dass Träger normalerweise keine Symptome der Erkrankung zeigen und daher nicht erkennen, dass sie das defekte Gen tragen. Obwohl Mutationen im Paargen Ursachen für Phenylketonurie sind, sind unterschiedliche Konzentrationen dieser Mutationen für verschiedene Formen von Phenylketonurie verantwortlich. Um dies zu verstehen, sollten Sie zunächst einige Hintergrundinformationen zur Störung selbst haben. Im Wesentlichen enthält das Paargen Anweisungen, die es dem Körper ermöglichen, das Phenylalanin-Hydroxylasenzym herzustellen, das für den Abbau von Phenylalanin und dessen Umwandlung in andere Verbindungen verantwortlich ist. Mutationen im Paargen können die Produktion dieses Enzyms reduzieren oder ganz aufhalten, wodurch sich Phenylalanin im Körper zu übermäßigen Mengen ansammeln kann. Der Aufbau dieser Aminosäure ist gefährlich, da sie das zentrale Nervensystem schädigen und zu Hirnschäden führen kann. Leichte Formen der Erkrankung, wie ZB die Phenylketonurie-Variante, treten auf, wenn die Genmutation noch etwas Enzymaktivität im Körper zulässt, was wirksam zum Abbau von Phenylalanin beiträgt. Die schwerere Form, die klassische Phenylketonurie, tritt auf, wenn die Enzymaktivität bis zu dem Punkt, an dem die Ansammlung der Aminosäure stattfinden darf, fehlt oder so verringert ist. Während verschiedene Mutationen im Paargen die Schwere des Zustands einer betroffenen Person bestimmen, wird angenommen, dass andere Gene auch eine Rolle bei der Schwere der Phenylketonurie spielen können, obwohl darüber nicht viel bekannt ist.